so grüße von der werkstatt und zwar das t1 projekt hat angefangen mit dem bulli nicht dieses jahr aber nächstes jahr geht es nach asien und zwar von berlin nach peking das auto stand 20 jahre in der scheune und heute mit luke mein sohn haben angefangen das auto zu erkunden zu restaurieren und zu schauen wir haben die ganzen ersatzteile hier aufgestellt hier sind die sofas die sind irgendwann neu bezogen worden sie sind in ordnung nur das bezug ist ja geschmackssache aber die funktionieren hier haben wir die ganzen ersatzteile aufgebreitet zwei auspuff eine ist ein alter ist kaputt drei lichtmaschinen bin ich ganz sicher ob die t1 gehören radkappen haben wir insgesamt sieben stück und einer der ist hell und die anderen sind halb verkromt der t1 da ist der wir gucken mal ob das startet ihr glaubt nicht aber nach ein bisschen arbeit und ein ein bisschen viel arbeit dieser vorweg muss sprich gleich an 20 jahre in der scheune und das auto läuft